Im Zoo in Rom haben wir auch überall Faue gesehen, so wie hier zum Beispiel im Elefantengehege. Da dachte ich erst, dass die da auch mit wohnen, aber scheinbar können die sich im ganzen Zoo mehr oder weniger frei bewegen, weil wir sie dann auch wirklich überall verteilt gesehen haben. Vermutlich gehen sie dann immer einfach dahin, wo es gerade das leckerste Futter gibt oder wo es für sie irgendwie am spannendsten ist. Was mich fasziniert hat, war auch die Weibchen mal von so nahem zu sehen, weil beim V denkt man natürlich immer an diesen typischen V-Mann mit seinem aufgestellten Rad und den bunten Federn und diesem richtig dunkelblauen Körper. Aber die V-Weibchen sind, finde ich, gar nicht so unscheinbar, wie man das eigentlich denkt. Also klar, sie sind grau am Körper, aber auch oben am Hals haben sie ja diese typische V-Färbung, dieses grünlich-bläuliche. Und das fand ich sehr spannend, die von so nahem mal sehen zu können.